Servus und herzlich willkommen im Live-Blatt Gaming Wohnzimmer. Heute mit einem neuen Video. Lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Like da und wenn du mir irgendwas mitteilen willst, schreib es in die Kommentare, wenn irgendwas cringe war oder wenn es dir gefallen hat, einfach schreiben. Bis gleich im Video. Ich hoffe, dir gefällt's. Los geht's! Ab in die nächste Nebenquest. Wir müssen hier Marcy Bachelor verbannen. Denn die guckt hier unten jetzt immer noch rum. Wir haben ja ihren Bruder getötet, nachdem er sie ja in den Tod getrieben hat. Oder in den Selbstmord eigentlich. So, jetzt müssen wir da erstmal Sida festhackern. Dann können wir da drüben den mal vernichten. So, da mal wieder antackern. Dann hauen wir da gut drauf. So, was haben wir hier hinten noch? So, einmal ein Schuss drauf. Jetzt können wir mit ihr wieder attackieren. Nein! Jo, was war denn das jetzt für ein Angriff? So, erstmal antackern. So, jetzt müssen wir da erstmal so machen, damit wir da oben den direkt wegballern können. Wow! Ah, verdammt! Einmal nachladen. Wups! Komm schon! Frank! Frank! Dank! Dank! Hallo! So, die Nebenquist gefallener Engel ist durch und wir haben uns die Schwester auch noch verbannt. Untertitelung des ZDF, 2020